Herzlich Willkommen zum Zweikampfsofa. Wir spielen Far Cry 3, sind im Koop-Modus in der zweiten Mission. Ich schätze mal mittig, aber genau weiß ich es nicht, weil wir haben es noch nie gespielt. Und es rennen allerdings schon wieder Gegner rum, wenn ich in die Richtung des Punktes gucke, da steht schon einer. Und wir müssen den Sprengstoff platzieren an der Brücke. Wenn er jetzt rückbringt? Ich war es nicht. Aber eher... Ja, fangen wir schon mal an, ne? Machen wir alle weg. Machen wir alle weg, ja. Machen wir alle weg. 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 Melanchol Preeren… Der hat da lustige Gesichtsfirma. Oh, ich sehe ihn da oben. Oh, der Kopfschuss da war das! Nachladen... Ach du auch? Das machen wir übrigens ganz oft parallel. So was besser ist, damit keiner weiterschießen kann, während wir beschossen werden. Das macht total Sinn. Aber das macht kooperatives Gameplay auch aus. Ach nö, das ist so ein Ding, was ich nicht... äh, okay, äh, ich sollte es mal angeben, glaube ich. Was war das? Wir haben ja gegen den Werfeld, wo ist der Typ? I am reloading. I am reloading. Ich habe gar keinen Akzent. Das, äh, ja komm, schütt die Kiste mal rüber hier. Okay, diese Kiste rüber. Wo ist der denn? Da, wo du ihn nicht siehst. Scheiß Buschwerk. Wo ist denn... Oh! Hä, wieso zeigt der mir den gleichen Punkt nochmal? Äh, hä? Nein, sollst... Du musst ihn da hinten zurückbringen. Aber er zeigt mir den ganz gelben Punkt, wie das ist doch absichtlich. Könnt ihr besser das Spiel erklären? Ich kann es nicht. Meine Güte, ey. Die Anweisungen sind aber auch zweideutig hier. Also ich will... Ey, der schießt einer auf mich. Kannst du den mal bitte nicht um den Commander? Nein, ich penne. Du brennst... Oh, der schießt auf mich mit dem Sniper. Oh Gott. Da müssen sich alles selber machen hier. Wo ist denn Gut? Da hinten irgendwie aber ich habe ich ihn gerückt. Ich höre einen Hund! Nein! Was? Ja, ich lieg da drum. Leidung zurück. Wo bist du denn gerade? Der hat die Gitter gekillt, also noch nicht gekillt. Der hat die Ugebracht da. Ja, genau. Ich habe dich gerecht. Vielleicht bist du dran, ne? Ich wollte gerade sagen, das war ganz schön Risky, was du da gemacht hast. Du bist doch nicht schon fast draufgegangen. Ja, Mut zur Mücke muss man ganz einfach haben bei so einem Spiel. Ja, da schießt du doch raus. Ich habe mir den Arm gerade wieder gerichtet. Oh, der war gebrochen. Ich bin da hart, aber ich meine Fresse. Du kippt wie ein Pflaster. Oh. Aua. Sobald ich eine Handgranate werfe, laufen die weg. Hat das irgendwie eine Bedeutung? Weil du bist so... Softwork. Mach dich ruhig lustig über meine Ruhr auf Technik. Ich bin so leid. Ich bin so leid. Ich kann. Mach mal neu. Ich habe es nicht gesehen. Ja, ich habe keine mehr. Ich habe auch keine Mut mehr. Auf der... Ich habe nichts mehr. Ich kann nur noch eine Wattebausch werfen hier. Da ist auch eine Möglichkeit, wirklich nicht viel. Ähm, da sind Dudes, wo ich hin muss. Ich habe irgendwie nichts mehr. Und ich bin auch... Das wird böse. Ich komme. Ich komme. Sag ich doch. Ne, doch nicht. Doch, da war doch einer. Ein Tonnenbier. War ganz gemein, dass er nicht von hinten angepumpt ist. Ich sterbe. 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 Ich will wohnen. Da wo ich stehe. Da wo ich stehe auch. Komischerweise. Geschenke? Ja. Munition. Munitionsgeschenke. Exklusive. Oh, 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 oh. Ich bin tot. Du bist tot? Ja. Warum? Ich habe da nicht aufgepasst, Leute. Du lügst ja einfach vor dem Grün. Oh, oh, oh. Ähm. Oh, ähm. Oh, ähm. Alter. Kann ich dir mal? Erstmal rüpfel ich. Ich kann keine Munition drauf nehmen, weil ich mich erst heilen muss. Das spielt eine Form mit mich so ein bisschen, würde ich mal so sagen. Ganz ehrlich. Noch einer. Du bist ein bisschen rot gerade. Ich bringe mir mal ruhig an. Hallo? Aua. Ja, nicht Aua. Ich brauche Klasse. Die sind ganz böse da. Sag dir mal, die sollen aufhören auf mich zu schießen da. Die sind ganz böse. Vor allem fallen die nicht uns. Wie geil ist das denn? Du musst schon sagen, was du willst, ne? Ja. Brauchst du Hilfe? Ich? Nein, nie. Ich habe keine Munition mehr. Ich kriege keine Munition mehr. Das ist eine Explosion. Die andere Kiste ist hier. Äh, ja. Äh, hier, hier, hier. Komm her. Hallo? Der läuft weg. Böser Porsche. Böser Porsche. Böser Porsche. Auf den Boden mit dem Porsche. Ich dachte ja, du warst jetzt böse. Okay. Guck mal die Kiste da. Da ist noch einer. Jaaaa. Immer wenn ich irgendwo... Auaaaa. Die haben mich hier alle überhaupt nicht gesehen. Die kommen ohne Hände. Die kommen ohne Hände. Die kommen ohne Hände. Ja, ich muss das Demo tatsächlich nehmen. Platziere den Sprengstoff. Ich renne. Ich renne. Das ist übrigens rennen. Das ist rennen? Das ist rennen. Da ist die Munitionskiste, wo ich jetzt gerade stehe. Ja, das sehe ich jetzt auch total. Ich schleppe mich da gerade ab. Da kann ich mich nicht jetzt um sowas kümmern. Das sind ohnehin die Gegner direkt vor mir. Da sind noch mehr Gegner direkt vor mir. Von hinten krieg ich es auch gerade mächtig. Ähm... Ich wollte sagen, die besorgen es mir richtig. Aber das fiel mir dann ein, wäre der zu zweideutig gewesen. Die besorgen es dir aber nur im Spiel. Fingere Zünder und jagen die Rücken in die Luft. Weg hier. Alles muss man hier selber machen. Ohhhhhhhhhh. Was wegst du deinen Gegner rein? Ja, weiß ich, dass da so gut ist. Aber vor allem, ich habe immer keine Munition. Ich muss jetzt lieber die Munition aufnehmen sollen, wofür du wohl im Spiel laufen willst. Hier, wo ich stehe, ist Mund. Ich hole mir mal so ein paar Schuss bei den Gegnern ab, ja. Ein paar händlergegnern. Hier, wo ich stehe. Ja, ok. Ja, ich bin noch am Weg. Ich wollte eben gucken, was das da ist. Hallo, nachladen? X. Oh, ich muss nachladen. Ich verbrauche die gleiche Munition, die Waffen, die beiden, die ich habe. Aber nachladen muss ich sie extra. Ahhhh. Hallo. Hast du nichts hinweg gefunden? Ja, ich musste doppel drücken, weil das erste X hat er nicht genommen. So, und nun? 9, 8. Kannst du noch weiter drücken? 9. Was kommt dann? Ich muss dich gerade konzentrieren. 9, 8, 741, 378. Oder was? Komm hoch. Diese 4. Mit denen wir dabei stehen würden. Aber ich habe einen freien Oberkörper. Das hast du nie. So einen Körper hättest du gerne mal. Lucky guy. Das ist das Schöne an Videogames. Man kriegt auch Körper, die man sonst so in der Natur nicht hat, wollte ich sagen. Hart. Was? Bevor ich losläuft, hole meine Munition. Bevor ich losläuft, gucke ich meine Munition an. Ja, gucke meine Munition an. Du hast aber einen schicken Hut drauf. Ja. So ein bisschen J.R. Newy. Und den kriegst du nicht, ey. Den kennt keiner mehr. Dallas. Hallo? Wer kennt schon Dallas? Die Kunstserie aus den... 80ern? 90ern. Nee. Nicht das Beste aus den 80ern und 90ern. Und wie auch immer. Aber Dallas war cool. J.R. Newy. Mhm. Habe ich nie gesehen. Gab es doch aber ein Remake von, oder? Nein. Nein? Dallas ein Remake? Wollen wir ein Remake zu Dallas drehen? Nein. Ich fand Dallas scheiße. Verdammt. Da gab es so wenig... Hast du mal Nightrider geguckt, oder was? Ich glaube, 18 war mal ein Ding. 18? Ey, das sind doch die, so wie wir, die 78.000 Kugeln abballern. Nicht EINER fällt. Ganz ehrlich. Nur die Autos explodieren. Also, falls das mit Zweikampfsofa hier nichts werden sollte, wir werden das A-Team. Wir sind perfekte A-Team, glaube ich. Neue Demosition auch. Was soll ich denn da aufnehmen? Ich hab nichts zum Aufnehmen. Ich kann nur nachladen. Ich finde aber auch nachladen wird überbewertet. Und wer mit Eker? Ganz genau. Vorsichtig. Ich stehe den. Gut. Was? Ich brenne. Warum? Bist du ins Feuer? Achso. Dann sagt du mir das doch. Wie kann ich mir das Feuer ausmachen? Hallo? Sag mir doch, dass du mich erschießen würdest. Ich will gar nichts machen. Ich sehe. Ey. Ja. Wolltest du das sagen? Wo siehst du das? Ich bin da rumgerammt und nichts ist passiert. Also mir schon oder die anderen nicht. Du musst laufen. Du musst schießen. Ich sehe nichts mehr. Hilfe. Nein, guck einfach. Guck. Ich bin da auch tot. Ich hab die alle überhaupt nicht gesehen. Ich hab mich rumgedreht, weil sie ein Messer haben. Das ist voll schrecklich. Das ist voll schrecklich. Was den Leute abgematzelt? Erzählt ihr. Abgematzelt? Abgematzelt hab ich dir. Alter Schrie, hab ich dir abgematzelt. Meine Güte. Okay. Guck mal. So. Oh mein Gott. Ja. Wir rennen nochmal in die dunkle Höhle rein. Und diesmal schaffen wir das. Versprochen. Wieso hab ich ein halbes Musitions... Mit den ganzen Sätzen zu dir. Wieso hab ich ein halbes Musitions... Musitions... Meine Waffe wird leer. Ich brauche... Wie heißt das? Musition. So. Ich dachte ein Butterbrot. Butterbrot. So. Die sind alle böse da. Geh nicht so tief da rein. Lass sie rauskommen. Was hast du denn rauskommen? Ich verstande. Wie war das in der Mittelkeit? Boah, der war jetzt ja lustig. Bist hier nix? Schieße den Kill Assist! Ich will den selber kratmen, Mann! Oh. So ein schlechter wir. Äh... Oh, ja, das Feuer ist doof hier im Spiel. Feuer ist doof. Und warum werfen die immer auf mich? Die haben nicht viel bei uns. Nein, da steh ich doch! Jetzt nicht mehr. Ich krieg schon wieder ein Kill Assist. Also, als Assistent bin ich nicht schlecht. Da hinten steht, ach, die sind so auf. Oh, da steht der vorher. Den habe ich gesehen. Ich habe hier wieder keine Mut. Ich bin gleich... Da ist wieder einer. Ja, habe ich gesehen. Habe ich genau vor der Höhe noch mal eine Munitionskiste? Ja, sowas. Aber Munition wird überbewertet, finde ich. Spiel gerne den Nahkämpfer. Bitte lauf, los, hol dein Messer raus. Mach sie alle nieder. Das ist ein Sniper. Lass dich abwetzeln. Du hast gesagt, ich soll mein Messer rausnehmen. Habe ich gemacht. Und nun, kriege ich jetzt einen Gummipunkt. Nein. Kriege ich jetzt das Geschenk. Ich haue. Die hauen mich schon. Das ist ein Sniper übrigens. Mit so einem schönen Laserpointer. Und so ein Typ mit einer Shotgun, der direkt auf mich zuhört. Der ist richtig weit weg. Bitte nicht. Oder? Das nervt mich. Ich renne jetzt zur Munitionskiste zurück, weil ich bin irgendwie ohne irgendwas. Ich denke, der ist jetzt weg. Nee, der liegt auch. Hast du mit deiner Bazooka drauf geschossen? Nee, aber die schafft nichts hier. Die schafft nichts? Deine Bazooka? Erst durchladen, dann nachladen. Nee, das schafft nichts. Das ist ne. Der liebste da. Gibt's an sie gut. Boah, ist der aber gleich. Langsam macht es echt Sinn, mal einen Snacker mitzunehmen, aber ich hätte da nicht auch gar nichts. Alter, ich komme noch nicht mal hin mit meinen Schüssen. Und der besorgt es mir gerade richtig, der Typ. Der hier unten ist gerade in der Kutsche. Ich hätte aber auch noch ein paar Handgranaten mit mir. Müssen wir jetzt ins Pet oder was? Oh Mutti, lass uns das da auch machen. Einmal noch ein bisschen, ok? Nur noch 5 Minuten, ok. Nur noch 5 Minuten. Oh mein Gott. Du hast dir jetzt die Munitionskiste weggeschaut? Ne, das ist Handgranaten. Die hatte ich mit mir. Nun habe ich richtig gekauft. So, und nun? Das wäre jetzt ein Stage-Shit-Low, oder? Keine Ahnung, aber ich glaube ja. Okay, ich bin durch, bin gar. Oh, ich hab was Schönes für euch. Das ist fantastisch. Okay, Jungs. Ich renze. Ich renne gerade. Ich muss mich schnell verabschieden, weil wir werden ganz heiß. Hier ist Abonnieren, 2 Cup Sofa, immer weitermachen. Und wenn ihr alle Folgen sehen wollt von 2 Cup Sofa, sie findet ihr hier. Tschüss. Und tschüss. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot.